Es war ein bisschen schwer, in der zweiten Halbzeit habe ich angefangen. Aber wir sind nachgeschlafen, sie haben auch gut gespielt, sie sind mehr reingegangen. Und wir haben zwei Goals gekriegt, wir konnten es easy evitieren. Ich habe das Gefühl, dass wir die Bühne zu unterstützen wollen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Tüters raus wollen. Und die haben nicht so gepasst. Ja, exakt. Wir haben nicht so gut gespielt, wir haben nicht so gut gespielt. Wir haben nicht so gut gespielt, zwei Aktionen im Dorf und die Elfmeter. Ich hoffe, wir haben nach dem Dorf gewonnen und qualifiziert.